Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3 und wir spielen unter Sprengkommando Modern Warfare 3 ist angesagt auf der wunderbaren Map Lockdown. Holp Spitzgeschosse verleihen Ihnen zusätzlichen Schaden um einen Compaq Abschluss zu ermöglichen. So, jetzt fangen wir gleich mal an hier Sprengkommando Lockdown. Schöne Map muss ich sagen und jetzt fangen wir mal an hier. Was für Waffen nimm mal denn hier? Weiß ich noch nicht. Warten wir mal schauen. Wir wollen mal was Neues nehmen. Wie wäre es mal wieder mit dem Einsatzschild, mit dem P99, Wurfmesser, Drophiesystem, Blinderbewacher, Attentäter kommt auch mit und vielleicht noch Lagebericht und Spezialist und Vergeltung, was immer das bedeutet. Jetzt bin ich hier mit dem Einsatzschild unterwegs. So, Uhr ist auch stehen geblieben. Einsatzschild, natürlich ein schönes Teil hier. Da oben sind die Gegner. Seht ihr das? Wir haben schon einen taktischen Einstieg gesetzt. Was gut ist natürlich beim Einsatzschild, wenn der Gegner auf euer Schild schießt, dann bekommt ihr Punkte, gut geschrieben, auf euer wunderbares Guthabenkonto. Und, Mann, den hab ich ja gar nicht gesehen. Den hab ich immer sowas von gar nicht gesehen. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal nach oben hier. So, packen wir mal das Trophiesystem aus. Gerade noch das Trophiesystem ausgepackt und gleich tot. Ich glaube, ich muss jetzt mal mit richtigen Waffen kämpfen. MP5, SMA, W-Spitter, Blendgranat, Fingerfertigkeit, Provisierpro und Stalker kommt mit. Aber das alles nur in der nächsten Runde. So, Pistole eingepackt. Oh, das gibt's doch gar nicht. Naja, die Waffe hat natürlich zu wenig Schaden gehabt aus dem Grund. Nehmen wir jetzt einfach die MP5 hier mit Rotpunktvisier. Weite Sicht und hoher Schaden. Das ist die MP5. Oh! Jetzt muss man nur noch das Ziel treffen. So. Bombe wurde schon entschärft. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal zu Punkt Nr. A. Das ist da hinten. Ich hoffe, da komm ich auch sicher lang. Ah, das ist gar nicht gut. Jetzt schmeiß ich einfach mal eine Granate dahin. So, Ziel ist schon in Sichtweite. Oh, ich hab mich sogar hinterm Auto versteckt. Hat nichts mehr gebracht. Oh! Habt ihr das gesehen? Oh, mein. Mein Gott. Den hab ich mal so was von gar nicht gesehen. Mit seinem weißen Tarnanzug auf dieser weißen Platte hier. Wow. Also ich glaub, der macht nichts mehr. Was macht der da? Oh, nein. Wo schieß ich denn hin? So, die Bombe wurde schon zerstört. Das ist sehr gut. Jetzt gehen wir mal, gucken wir mal auf der Map. Jetzt haben wir nur noch die Bombe Nr. B. Die müssen wir jetzt auf jeden Fall schützen. Ganz wichtig. Drei Minuten 16 sind noch zu zocken. Und jetzt überraschen wir einfach mal einen Gegner. Oh! Mann, da war der wohl schneller mit seiner blöden Striker. Hätte ich eigentlich auch nehmen sollen. Was zur Hölle? Ach, auf das kann man verzichten. Ach, Mann! Das gibt's doch gar nicht. Dexa 261, du Pick. Schau dich das an, Alter. Mann, schön in den Rücken rein. Einen Schuss und ich bin weg. So, jetzt mach ich auch mal einen coolen Schuss. 150 Punkte, Comeback erzielt. Wunderbar, auch mal einen Kill für mich. Elf Tote schon. Und gerade mal einen Kill gemacht. Oh, gar nicht gut. Schlechte, schlechter Score, muss ich sagen. Sehr schlechter Score. Moin. So. Ah, je, 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 je. Bafan! Oh, das war nichts mehr. Leider, leider, leider. So. Jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn noch für Waffen hier? Die Typ 95? Oh, nehmen wir mal die Striker und die Skorpion mit. Alles beim nächsten Mal, natürlich. Roter Punkt schon gesehen auf dem Radar. Oh, das gibt's ja gar nicht. Was dreht denn der sich so? So viel Crack geraucht? Oh. Na ja, wenigstens zwei Kills. Das ist auch mal etwas. Und wieder von Dexter 2, 6, 1 vernichtet. Oh, Jesus Christus. Das gibt's doch gar nicht, verdammt nochmal. Das gibt's ja gar nicht hier. Hm, 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 hm. So. Ach, ja. Zwei auf einmal. Ups. Ich hoffe, die haben mich nicht gesehen. Weil dann kann ich jetzt mit der Striker nach vorne gehen, durch diesen Torbogen hinein und schießt die eigentlich einfach weg hier so. Wo sind die denn? Rundenniederlage. Alle Ziele wurden zerstört. Spielbonus 1.344 Punkte. Schade, aber man kann nichts machen. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom. See you later, alle Gitter. Ciao. 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 Ciao.